Meine Damen und Herren, wir wurden um ein Abo-Special gebeten für das tausendste Abo. Und wir haben uns gedacht, was können wir am besten? Wir machen einfach ein neues Let's Play und fangen auf Stufe 1 an. Easy as well. Genau, Schamane und dem Freaking Warlock. Ich spiel Traneye und Scooby spielt. Ach Mensch, you guys. Hey you guys. Da muss man einfach zu den Basics zurückkehren. Tja, ihr seht, ich habe schon 10 Charaktere. Da muss ich jetzt natürlich den Parler löschen. Wenn du ein Jokers. Seid nicht so böse. Vanessa sitzt hier auch. Ja. Die wurde nicht eingeweiht. Was war's? Darauf habe ich jetzt gewartet? Oh. Seriously? So, aber... Puh. Na, der Charakter ist der. Oh, ich habe mich aufgeregt. Oh Gott, ist der dick. Immer. Ich dachte schon, du spinnst. Ja, aber man muss sagen, wir spielen ja wieder Allianz. Das wird nicht jedem gefallen. Aber unsere Charaktere sind einfach auf der Allianz Seite rüber geschippt worden. Und da sind wir sozusagen committed. Ja, ich kann hier nicht zoomen. Ich möchte gerne zoomen. Worauf denn? Auf mein Gesicht. Ach, crazy shit, ey. Haben die eigene Frisuren? Die meisten sind immer so krank, wie man es macht. Oh, das sieht ja feinlich aus. Ist das wie ein Langstrumpf? Hey, das sieht voll wie so ein... Ah, ich sag über nichts. Was? Oh mein Gott. Die sind wild und dominant aus. Was sagst du dazu? Ich mag die Frisuren. Nicht? Welche denn? Gehen weiter. Nee. Sag, stopp. Ist schon raus vorbei. Die sieht doch ganz nett aus. Ist auch ganz okay. Und die? Wenn du jetzt noch ein Schulmädchen drehst, verpasst. Ja, man, das ist genau... Das ist genau die Aktion. Aber du bist ein Schulmädchen drin, ja. Nein. Nein. Es geht nicht um den Schulmädchen. Nein. Aber Schulmädchen haben halt was für sich. Ja. Und für uns. In manchen Gewerben. Ja. Haarfarbe. Wow, ist das schwarz. Oh, ist das noch viel schwarz? Ja. 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 Wie sagt man das? Heute? Auf den Schulhöfen dieser Welt? Hornart? Oh, cool. Gay. So gay. So gay. So awesome. So gay. So... Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß aber nicht was man heutzutage trägt. Als Draener. Haha. Oder zieh dein eigenes Ding durch. Ich nehme mal als dickstes was gibts. So. Weil man sagt ja, ne. An dem Horn des Draeners siehst du sein... Na, ich sag immer nichts. Boah, ich kann mich und selbst andere über einen gewissen Zeitraum heilen. Ja, dann geht's auch schon los und hier kommt das Intro, glaube ich. Hat das richtig gemacht? Check mal kurz. Was? Stimmt alles? Seht's totally hot aus? Ja. Das kann man hier super festhalten. Ja, du siehst totally hot aus. Dankeschön. Wenn selbst eine Frau das sagt. Wenn selbst eine Frau das sagt. Oh Gott, der Charakter widerstellt. Das ist immer wie ein Kind kriegen. Nur schöner. Du meinst das aber nicht aus Damensicht, oder? Doch. Das ist immer so eine Anstrengung und dann hat man's. Ja. Wow. Boah. Boah. Angetrieben von einer gewaltigen Vision, glaubt der Prophet Wählen, dass der große Krieg zwischen Dich und Dunkel nahm. Und dass er vorwiegend in Azeroth ausgefochten werden wird. Als einer von Wählens Auserwählten müsst ihr euch dem Schatten stellen und gewährleisten, dass euer Volk für den bevorstehenden Krieg bereit ist. Boah. Ja. Ich fühle mich totally bereit, you guys. Wir gehen in die Guild. Das wird super awesome. Und sag mir einmal, wenn man den Namen schafft. Ähm. Oh, ich muss, ich muss gerade mal wachen. Wieso geht's das nicht? Moment mal. Doppaloppaloppaloppaloppalopp. Oh, ich dachte schon, ob ich steht. Ich werde mich verändern. Ich bin totally hot, obwohl ich Hufe habe, ja. Aber man muss manchmal über die kleinen Marken hinwegsehen. Hä. Ähm. Mh. 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 Dafür habe ich einen Schwanz. Das könnte manche Situation tun. Mh. Böse Kouche. Ich lad dich mal in der Gruppe ein, Skubi. Awesome. Ich weiß nämlich nicht, wo ich bin. Du 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 du. Oh, du schiss. Mal schauen. Skubi wollte nämlich versuchen, schon hierher zu kommen. Hat nicht geglaubt. Haben sie schon den Aufnahmestopp eingeleitet? Den Aufnahmestopp? Eingeleitet? Ja. Als wäre das irgendwie ein Projekt wie order 88. Okay, entschuldigung in der Sache. Die können keine Einnahmen. Das ist vielleicht. Dann haben die vielleicht schon den Aufnahmestopp eingeleitet. Kann sein, ne. Akromete. Seien wir expedieren. Aber ich hasse euch. Aber ich habe ja hier bei Cip, das ist ein türkischer Aushilfs-Dämon, der kann mir weiterhelfen. Aushilfs-Dämon? Das ist doch kein ganzer Dämon, hast du mal seine Größe angeguckt? Stui, sei nicht so pessimistisch. Der Assam, der hat Damage gemacht. Das ging ja in die Tausende. Was denn? Level 90 Elite. Wo läuft der denn? Das sind so ein Trainer im Endeffekt. Noch zwei davon. Und die hat auch so einen Schwanz. Na ja. Das gehört böse. Du hast mir erst auf den Gedanken gebracht. Böse Viecher. Oder ich habe Dinge gesehen. Willst du auch bald sehen? Ihr sollt Salah mir wüspern, damit sie euch einlädt. Wer? Okay, schreibst du mal den Namen. Unsere Gegenstände halten nur bis Stufe 80? Ja. Ist das immer so? Die von der Gilde gehen aber weiter. Ja. Aber das ist so geplant. Ist das bei allen so? Auch bei den neun? Ne, bei den neun nicht. Die gehen bis 85? Wie ich weiß. Wie ich weiß, ja. Da wurden ja böse abgezockt. Na, die guten allen Teile. Die bringen es auch nicht mehr, ne? So. So ist es doch. Naja. Elf Gold muss ich da wirklich nicht hinsenden. Wir schicken da einfach ne Ladung mit rüber. Hm. Post verschütt. Und. Bum 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 bum. Wir leben wieder. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It's so sick. Was ist denn das? Ein Erdbeben? Oh. Nein. Bist du irgendwie apokalyptisch veranlagt? Naja. You guys. Versuch mal selbst rausfinden was unser Name zu bedeuten haben. Die musst du anders wollen. Salonia. Das hat ja nicht funktioniert. Ja. So. Bitte in white. In white. Gubi, hast du schon bis herüber geschafft? Fast. Wo kämpfst du dich denn da durch den Dschungel? Ach. Ne? Pfff. Zerberblöd. Och wir werden doch bestimmt jetzt in unsere... In die Level-Gild ein... Ah awesome. Ne wir sind schon hier... Awesome. Hello. Boah das ist ja schon volles Epic-Equipment. Epic. Ich muss Briefkasten finden. Und stopp. Genau die richtige Form. Du... 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 Böse. Musst du sagen nein? Was ist denn das? Mobile Banking. Awesome. Gibt's nicht Mobile Briefkästen? Ich... 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 Oh da... Das ist ein Kochdorf. Ich habe Briefkasten. Awesome. Oh yeah. Du... 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 Szenario Zoom tier, Kern und Welwe. Awesome. Achievement? Ach ich has dieses... Diese Schuld. Die lassen mich so alt... Lass doch mal stehen. Lass doch mal stehen. Na... Dafür ist dein... Dein Oma ist halt doch sehr... sehr hübsch. Oh danke. Trainer haben aber auch einen Vorbau, du... Und dann sind sie immer so... Ja die strecken sich auch so, ja. Die sind richtig... äh... Gelenk ich auch, ne. Naja, wir... 4 Level jetzt. Ist nicht hier unten das erste Quest? Ist nicht da oben das erste Quest? Ist nicht da oben das erste Quest? Ich hab da oben kein Quest. Dann ist das wohl mein Quest, gut. Dieser Megalon, hat der keinen Quest bei dir? Ne. Oh, das Schlechtsgebiet. Das Schlechts fängt nicht gut an. Vielleicht mit Pronetus bei der Abstürzstelle. Okay, das ist nun hier eine Hinleitung des Quest. Falls die Noobs hier schon nicht mehr weiter wissen. Ach, wir sind hier gerade abgestürzt oder was? Der Plan. Boah, was für ne Story. Hat der nen Quest bei dir? Ja. Das ist gut. Was geht? Wir müssen jetzt Mod und Blut sammeln. Warum hab ich nur 83 Aufstau und du? 109. Oh, das geht ja, wenn das so weiter geht. Oh shit. Dann, dann, dann sehe ich da aber kein Licht für dich. Es geht ja. Ich will cash my Shadow Ball. Ziemlich mein Blau, ne? Ok, die Keybinds funktionieren schonmal nicht. Verwende doch die Nager, bitte. Ok, die Keybinds, ich fixe das, indem ich, ich muss ohne, ohne auskommen, für Tournament vorbereitender. Hast du keine auf dem Tournament? Ich weiß es nicht, nicht. Ach, als hättest du mich noch nie verwechselt. Nein. Ach. Das stimmt nicht. Hab ich aber anders gehört. Ach. Da hab ich aber, ach, jetzt der ist weg. Blitzschlag ist mein erstes Ding und das ist schon overpowered. So sieht's aus. Ich glaube, das ist awesome, wir haben schon Massen wieder, Blüber. True. 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 Okay, die Gabe der Nauru, halt das Ziel um 20% seiner Gesundheit. Naja. Das ist ziemlich cool. Wie lange tickt das? Im Verlauf von 15 Sekunden. Ah. Er ist nicht sehr gut. Okay, ich habe alle, du kannst alle einsammeln. Awesome. Super fast. Warum hab ich schon Level Up? Durch Gebiet wahrscheinlich, hm? Lalalalalalai, Bailchip hat auch Level Up. Lalalalai, Exploit. Komm, Bailchip, wer jetzt 1.85 ist. Das war ein menschenfreundliches Quest, also beziehungsweise spielerfreundlich. Da gibt's einfach, jede Mordart Blut. So sollte das auch sein. Stufe 2, you guys. Woohoo! Wie viel Damage? Du hast mir AP, du machst mir Damage. Damage. Du kannst Heal. Hast du schon Heal? Nein. True, ich hab sie voll. Warum auch? Ich hab sie voll. Hab ich aber schon Reitfähigkeit? Nein. Nein. Haha. 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 Hey guys. Coming back with first class, quest and stuff. Hm. Some first class quests. Easily done. Super easily. Haha. Nice. Oh, quest. Oh, quest. Oh, quest. Tsss, 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 tss. Uh, ist das denn hier für ein Mann? Misseleidembräßio. Okay, danke. Die haben wir nicht zu verkaufen. Oh, Übungsstatuen, falls jemand hier schon sich sie richten. Tsss, 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 tsss. Übungsstatuen? Hahahaha. Ach so. Ach cool. Ich weiß es doch auch immer nicht so genau. Oh, ein Schmied, guck mal. Weißt du, was mich hier ankotzt? Was? Ich befürchte, es gibt hier keinen Locktrainer. Oh, 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 oh. Naja, ich müsst ja einfach ganz lange mit Shadow ballen, bis ich so ein Ding komme, wo es Warlock-Trainer gibt. Was übrigens witzig ist, weil die Nachtelfen auch keine Warlocks haben, you guys. Hm, meinst du in der ganzen Exo da gibt es keinen? Heels & Crest Not sure Es könnte sein, dass alle Hauptstädte alle Lehrer haben Müssen sie die nicht haben? Müssen sie die nicht haben, um die gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen? Hauptstadt zu sein? Ich weiß es nicht Ob da die Gewerkschaft der Spieler-Community auf sich Guck mal, der Trick ist doch In Orklima gibt es Druiden-Trainer Gibt es in Stormwind-Druiden-Trainer? Ja Dann wird das jetzt geändert Vielleicht ist es in Stormwind-Druiden-Trainer Warte, was können Menschen nicht für einen Beruf erlernen? Nur Druiden? Für einen Beruf auch noch Wow, shit, Scooby Mich hat beinahe Blitz getroffen Ich habe da schlechte Erfahrungen, seit Klunk Warum? Ich kann halt dich fern von den Dingern Wir müssen echt hier viele Mobs tönen Wir haben voll viele Quests Tests Hier we go Reg dich nicht auf, Vanessa Nur weil die Horde auch mal gewinnt Die Horde soll ich nicht gewinnen Das stimmt Das ist die richtige Einstellung, ne? Vanessa sammelt Bier Um den Lok hier Top auf den Top zu machen Top auf den Top Oh Leuchtest du? Ja, woher warst du? Du hast denn deine Schuld Ich habe die Verzaubert Deswegen habe ich so viel Gesundheit Show you guys Blub 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 Ne, die Brust habe ich verzaubert Ja, 50 Gesundheit Was so ein bisschen Silikon ausmacht Man wundert sich da doch Immer und immer wieder Und dann freut man Und immer ewig Oh, Crit. Man kann ja fast One-Hitten mit einem Crit. True. True. Hm, ist noch einer. Was müssen wir hier noch machen? Überlebende der Trainer gerettet. Hm. Hello? Ich hab einen, ich hab einen, Scooby, komm. Der, der Peitscher ist böse geworden. Ich weiß ja gar nicht, warum. Ich geh da weg. Wo für, wo, du hast hier für die Area noch einen Quest? Ja, ich muss einen Überlebenden retten, Scooby. Hm, ich auch. Aber wie? Inverted target? Ah, man muss die Gabe der Nahrung verwenden. Ach, Trainer-Quest. Ah, nee, es wird nur für dich, auch bei mir angezeigt. Oh, Mann. Big Coach, we are awesome. Ähm, okay, komm, wir holen die nächste Lockheed. Sag, wie viele Quests hast du hier noch? Zwo. Nice. Ammental. Hm, okay. Immunisierung. Z-Z-Z-Zierung. Eigentlich ist er ganz hübsch hier, ne? Aber irgendwie auch nicht. Boah, Mann. Boah, der Dumm ist schnell durch. Furcht. Der Tod schwingt mit. Von den Machern von. Edna bricht aus. Mit Hildegard Twinska. In einer Nebenrolle. Komm, wir sprechen mal mit den Leuten. Hallo. Hm. In welche Tage? Ich immunisiere euch, ihr Geist. Und, freut er sich schon? So. storyN